Das Theater Tonne ist eine wahre Reutlinger Institution und das seit nunmehr bereits 60 Jahren. Der Umzug in das neue Theaterhaus in der Jahnstraße bietet die Möglichkeit, auch den gesamten Auftritt zu erneuern und die Wahrnehmung des Theaters zu schärfen. So haben die Metzinger Agentur B-Werk und die Tonne-Mitglieder gemeinsam ein neues Logo erschaffen. So ein Umzug bringt viel Neues. Auch der Umzug des Reutlinger Theaters Tonne vom Spitalhof in die Jahnstraße brachte das Team und Intendant Enrico Oberneck auf neue Ideen. Ein neuer Name für das Theater kam nicht in Frage, denn die Tonne ist schon etwas Besonderes und der Name prägt sich ein. Ein veränderter Auftritt mit neuem Logo schien aber angebracht und passend für den Neuanfang im neuen Gebäude. Es birgt natürlich große Möglichkeiten, dass man sagt, okay, neues Gebäude, neuer Werbeauftritt und so haben wir gesagt, klar, neues Logo. Aber es birgt natürlich auch in sich, dass man sagt, die Tonne gibt es ja jetzt nicht neu, sondern es gibt ein neues Gebäude, aber es ist eine große Möglichkeit einfach. Und dann haben wir uns mit der Werbeagentur zusammengesetzt und haben gesagt, so, jetzt neues Logo, neue Homepage, neuer Werbeauftritt. Als Werbeagentur hat man die Metzinger Markenbildungsagentur B-Werk mit an Bord genommen. Zusammen mit Andreas Kissel und Markus Berger wurden rund sechs Monate lang an dem neuen Logo und dem dazugehörigen Konzept gearbeitet. Wir sprechen eigentlich nicht nur von einem Logo, sondern von einem gesamten Erscheinungsbild. Es geht darum, eine Ausdrucksweise für die Tonne in Summe zu finden. Da ist das Logo ein Teil, aber natürlich ein wichtiger Teil, weil es sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ich glaube, die wichtigste Weiterentwicklung inhaltlich war die, dass wir, das bestehende Logo besteht ja in der Bildmarke nur aus einem R und steht für Reutlingen. Und ich glaube, ein wichtiges Ergebnis war, dass wir die Tonne als solche, als Marke, auch wieder sozusagen in den Fokus gehoben haben. Nämlich neben dem, dass die Tonne natürlich ein Stadttheater für Reutlingen ist, hat die Tonne mit einer 60-jährigen Historie natürlich ein richtiges Pfund, sowohl in der Bekanntheit, aber natürlich auch als Marke, als Kulturinstitution hier in Reutlingen. Ein Stadttheater für Reutlingen mit einem eigens dafür gebauten Theaterhaus. Auch das ist etwas Besonderes und nicht oft zu finden. Das neue Logo bildet eine Symbiose aus dem Theater Tonne und seiner Stadt Reutlingen. Die Kombination aus Neuem und Altem ist wie das Theater selbst. Denn auch wenn das neue Gebäude viele neue Räumlichkeiten und Möglichkeiten bietet, wird auch der alte Tonnekeller im Spitalhof nicht aufgegeben. Dass das neue Haus prachtvoll funkeln wird, zeichnet sich bereits jetzt schon ab. Die ersten Spiegelfassaden sind bereits angebracht. Bis Ende Januar müssen sich die Besucher noch gedulden. Dann wird die neue Spielstätte eröffnet.